Aus der Abgangsleiter die hektalistigen, fiesen Frauen. Und in den letzten Jahren ist euch vielleicht aufgefallen, diejenigen, die damals in der Scheune waren, vielleicht damals waren, als wir das erste Mal hier aufgetreten sind. Da waren wir unter uns Männer. Männer, da konnten wir uns was anziehen, wie wir wollten, ohne dass eine Frau ständig an den Arsch fängt. Ja, Männer, Hip-Hop ist Männersaffel. Cool-Dieter hört war ein Mann. Dr. Trey war ein Mann. Torch war ein Mann. Lever 51 ist ein Mann. Genau, genau. Ich will, dass ihr alle, alle eure Fäuste hochnebt. Männer, damit wir uns, unseren Hip-Hop wieder zurückholen. Aus den gierigen Händen in das Traum zu werfen. Ja. 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 Ich bin auf Schiffen in der Presse mit der Strecke weggeklickt, wo er heute los geht, ich bin an draußen schwachs, die ihr Geld verdient, und ich kann nicht mal meine Maschmaschine selbst verdienen. Ich bin ein Ego und Ehrenlos, ich kann's nicht checken, ich kann mal da, wo man rauskommt, ein Schwanz einstecken. Ich weiß, was du gerade denkst, so heglig an Türen, kommt meine Tochter nicht so hart, so heg und free. Vom Haus, die Gesellschaft, ich mach dir noch zu, und meine Leute getrennt, ich bin Bier und Fußball in der eigenen Sprache. Und am Ende sein soll weich feiner, was nicht so nötig, am Herzen ist der Wand nach Asgardensatz, in Tests fern, Schwerner sind super, einfach böse gibt's auch noch in der Sehne, ist der Kleber einer der böse, 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 trau. Seine Tone von Jadwetter sind sie hier, und vor allem ist das Einkommen, ich schiff sie, ich bin ein cooler Schiff, sie fliegt zurück ins All. Alle! Sie fliegt sie zurück ins All. Seine Tone von Jadwetter sind sie hier, und ich wollte mich einfach nicht integrieren, diese Hefte eingelacht, doch nicht im freien Volat. Sie fliegt sie zurück ins All. So, alle, die Aufhänger, die Streichhäfte, alle, der Gründer schweinert, etwas schreckt der Weg ins All. Meine Träume, nach der Rappen könnte ich schlafen, nicht mal so abwachen, der Schlauch in einem Schiff drin. Klar, halt, gewundert das nicht, warum die Böse nicht treten, weil die Kamalle an, weniger Bösen zu regeln. Dort, Schuhfahler, beim Peksaus, nicht klar aus dem Fall. Ich war ein Vatikaner, das ist ein Vatikanischer Fehler. Du bezahlst meine Dekoration, hast es krank, wie vor. Ja, mein Weg ist ein Sohn. Hat aus meiner Autoskarte so groß, du Bastard. Und ich dachte, ich glaube, es ist nicht der Schuss für Bastard. Jedes Kind aus der Welt ist ein Hufesuch. Die Schuhe trinkt das nicht ein nationaler Hufesuch. Deshalb bin ich auf dem Luftkortext. Hier sind die Zähne aus, als ob ich auch aus dem Rundkopf. Die Schuhe trinkt das nicht einander Hufesuch. Doch Fick von Bier und Hut, was war's, jetzt ist die Gänste, vier von Hut, Emancipation ist gescheiter. Das ist auch noch einfach nicht, wir wollen auch den Tod unserer Heimat. Ich spule auf die Nacht, hier ist der Bruder, Gott, ich fühle mich gut, denn ich komme aus der Buse. So, denk mal, wenn's hier klar, dann soll's mit Zerr, warum sind die gefällig, denn der Wettbewerb voll mit Männern? Das macht Führung, denk mir das recht, denn es ist mehr zwei unterhalten, das ist schon verdächtig. Das ist ein Kepsel, man Wir alle, das ist wie her. Und heute sind wir ein von den Lügenden-Glion. Die längste Reihe, das sind der Mann. Sie sind die Röntgen-Fall. Hier. Wo. Ei, ei, ei. Die Lektor. Die Lektor über alles. Vielen Dank.